Hallo Alex, ich habe zuerst eine Ausschreibung von der Landjungen Oberösterreich gekriegt, dass sie einen Projektwettbewerb haben, da kommt man eigentlich mit da. Und was stellst du da vor? Ja, das weiß ich jetzt auch noch nicht so genau, aber morgen habe ich eh Vorstandsitzung in der Kuntmarin und daheim frage ich auch mal nach, ob ich eine Idee hätte oder so. Ja, passt. Dann machen wir sie das morgen also. Passt, Tati. Dann bis morgen. Tschüss. Hey Alex, jetzt habe ich eine Idee für das Projekt. Was denn? Wir freuen uns alle die Leute. Kommen Sie es früher vor, schreiben Sie es dann nieder und machen ein Buch draus. Bis zum nächsten Mal. Wir fragen uns alle die Leute. Da war die Leute. Wir sehen uns auch ein paar Videos. Bis zum nächsten Mal. My first time